Kurz vom Krieg auf die Welt gekommen und hast in der Nachkriegszeit eine Sudetische Familie aufgenommen. Ein Bub von denen ist bei dein Geliebter geworden, weil das nicht passiert, wären wir alle nie geboren. Somit hat mein Uropa eine Arbeit in der Nähe von dein Blitz gefunden. Sonst wär ich heut in Frankenthal heim und nicht in der Oberpfalz drun. Du warst so eine herzensliebe Frau, doch heut bist du von uns gegangen. Ich kann das noch gar nicht so richtig spannen. Der Pfarrer ist gleich gekommen und der Bestattungsdienst auch. Und ich tät so gern in den Himmel gelangen. Und ich hoff, dass ich deine Seele noch mal da wisch. Und wir hocken alle noch mal miteinander an den Tisch. Bis ich dich dann später im Himmel umet triff. Ich hoff, du hast dich schön beim Hergut im Paradies. Der Pfarrer ist gleich gekommen. Dich dann der Pfarrer ist gleich gekommen. Untertitelung des ZDF, 2020